Ladenstraße abgerissen. Gegenüber der Gaststätte Talsperrenblick verschwindet die seit Jahren leerstehende Ladenstraße. Der langgestreckte Flachbau entstand zu DDR-Zeiten und beherbergte verschiedene Verkaufs- und Dienstleistungseinrichtungen. Der Abriss des Gebootes war schon lange geplant, aber musste mehrfach verschoben werden. Nun verschwindet der Schandfleck in Joggeta. Heute Nachmittag stand bereits kein Stein mehr auf dem anderen. Was aus der nun frei werdenden Fläche werden soll, ist noch unklar.